Heute spiel mir OneBlock, aber mit CaveDrawlern. Viel Spaß! Reiiiiiiiin! Komm rein da! Komm rein, Junge! Komm rein, Junge! Rein da! Komm rein da jetzt, Alter! Bisschen da, komm rein, Junge! Oh mein Gott! Du stehst auf Holz! Your story begins! Oh, Holz! Ja, meine Story! Heute ist das Buch oder soll es wegwerfen? Mmmmm... Ach, schmeiß weg die Scheiße! Komm, ich schmeiß auch weg! Komm, Scheißdraus! Einfach weg mit! Abborn, abborn! Komm schon, komm schon! Nice! Holz! Oh! Ich glaube, das ist schon klar, dass wir uns jetzt nicht gegenseitig runterschlagen sollten, weil es so ein bisschen sehr, naja, blöd wäre, oder? Ja, ja! Was heißt hier, ja, ja? Ja, ja, heißt... Pyrotechnik! Ist doch kein Verbreche! So, und hier soll immer mal Horror abgehen. Oh, wir haben Schwein! Ein Schwein! Ich schau mal, meine Sounds lauter, damit ich auch was höre, wenn das abgeht. Ich höre jetzt schon was! Ich höre nur Musik! Ja, genau das meine ich. Ich mach's mal wieder ein bisschen, ich mach's mal wieder ein bisschen leiser. Ich expandiere mal wieder ein bisschen. Yeah! Sack! Und das ist Edgar! Edgar? Edgar! Und jetzt sind wir Micro Freedom oder was? Normal! Okay, also zähl ich jetzt, da wo du hast, einfach... Oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Ja, haust du rein! Scheiße, da ist grad irgendwie so... Viehgrad gespawnt! Und ist runtergeflogen! Ja! Okay! Ich hasse Regen! Oh, wir haben Licht! Oh mein Gott! Das bringt uns das! Wir können keine Monster spawnen! Ich glaub, die Viecher können auch... Also die Viecher, die jetzt spawnen können, können glaub ich auch trotzdem spawnen! Wir sollten einfach weiter abbauen! Okay, oh, oh! Upgrading! Oh, Upgrading! Okay! I'm done! Warte mal, ich mach mal das! Was war das gerade? Ich hab keine Ahnung, Benny! Ich hab gerade irgendwas gehört, oder war das ich? Jetzt mach ich mal leiser, das mach ich so... Okay! Was ist das da hier? Benny, wir haben was zu essen! What the fu- Kean, bitte! Alter! Was? Ich hab miese Gänsehaut gerade! Ich hab gerade anders krass Gänsehaut! Bruder, bitte sag mir, dass du... Scheiße! Junge, bitte sag mir, dass du auch das alles hörst! Bitte sag mir, dass du auch das alles hörst! Ich hör das auch! Digga, bau die Kieslein verbaut! Wir müssen irgendwie expandieren, okay? Alter, nicht gut! Ich glaub, ich mach mal ganz kurz die Musik ein bisschen leiser! Obwohl, die Musik ist geil! Wuuu! WTF, Bro! Die Musik ist alles aber nicht geil, Bro! Auf einmal, wir machen hier Party, oder was? Bro, also wenn das eine Party-Musik ist... Wenn das eine Party-Musik ist, dann bitte, Bro, such dir Hilfe, okay? Ich krieg hier mittelschwere Depressionen, Alter! Ja, Melonen! Was bringen wir das Melonen? Oh mein Gott! Was war das? Du hast einen Achief mit... Du bist doch einen Achief erreicht! Man spawning first time! Man spawning first time! Was? Was? Welcher man? Was? Was für ein Mann? Hallo, Hilfe! Ich glaub, ich tu mal die... Ich bau mal so ein extra Plattform für unsere Bäume, okay? Ja! Damit die nicht... Damit die nicht was in uns spawnen und wir irgendwie wegbacken, oder so ein Shit! Das stimmt nicht gut! Okay, die Schweine stehen hier aber auch mit ungünstig! Ja, die Tiere... Wir haben ja so viel Platz und die müssen da stehen! Warum da? Ja, ich check aber nicht, das ist auch etwas blöd! Wir haben Birkenhold, Benny, das schlechteste Holz im Spiel! So, mindestens 10 Cave-Drawler-Mods runtergeladen, weil es dir irgendwelche komischen Dämonen hinzufügt. Ich hab auch immer mal den Überblick verloren. Ich hab immer mal einfach nur noch angefangen, ah ja, es sieht großlich aus, ich grüß dich aus, Ich hab mich grad nur ganz leicht bis mittelmäßig erscheckt. Ah, okay! Bist das du? Wann hör mal kurz bitte mal auf abzubauen! Okay, jetzt bist du, okay, mach weiter! Wieso? Es klingt grad irgendwie so ganz komisch, als ob irgendwas auf mich zulaufen würde, weißt du? Ich mein, deswegen hab ich grad so richtig Angst gehabt! Ja, an der Kuh! Ach man! Nen, das ist ja voll praktisch noch mehr Scheißviecher, die... Unser One-Block! Ich glaube, ich töte mal ein Schwein! Ja, bitte! Also auch ja nur zwei! Ja, im Endeffekt! Oh mein Gott! Nein, nicht mal wieder! Ja! Oh nein, die Musik beginnt schon wieder! Nein! Weißt du, wie es sich grad anfühlt, ob man irgendwie so schizophren wäre, diese so... Oh nein, die Musik fängt wieder an! Nein! Es geht wieder los! Die Musik... Die Musik... Oh! 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 Ich geh nach oben! Ich geh nach oben! Ähm... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Verpiss dich! Oh mein Gott! Das ist nicht gut, dass es nicht geregelt wird! Das ist gar nicht geil! Meine Kacke! Ja! Kann nicht sein! Oh man! Auch ein Mann! Nein! Mein Holz ist auch ins Wort geflogen! Also meinst du die Holz-Labs? Die habe ich aufgenommen! Oh mein Gott! Gott sei Dank! Bekomme ich die bitte? Dankeschön! Ja, hier bekommst du die Schaufel! Das ist das einzige, was ich noch... Du bekommst hier die Schaufel! Das ist das einzige, was ich noch habe! Ähm... Ähm... Bro! Was ist das? Oh mein Gott! Ich verzichte! Danke! Okay, tschüss! Jo! Ciao, Kumpel! Alte... Alte Jalla! Hauste rein, wa? Also in dieser Musik kann man sich auch irgendwie gewöhnen, muss ich auch ehrlich sagen! Ich weiß nicht so, ne? Guck mal, da muss ich keine Hintergrundmusik einfügen, checkst du? Jaja! So! Ich lass einfach das Ding einfach laufen, weißt? Das ist ein... Das ist ein Banger, weißt du? Der kommt bald aus Spotify und iTunes, weißt du? Normal! Weißt du was... Also das eine Schwein ist gerade eben in den Pot gesprungen, als er das Monster gesehen hat, was ich sehr nachvollziehen kann! Ähm... Beni, 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 ähm... Beni, Beni, ähm... Komm schon, komm schon! Okay! Ähm... Wir beobachten! Oh mein... Das ist ein bisschen Lappot, so! Digga, wer ist er denn? Digga! Er beobachtet unsere Bäume, glaub ich! Oh ja, stimmt! Ey Brodi! Ey, danke Mann! Ich nenn dich! Oh nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh scheiße! Oh schon mal LOL! Dix, 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 dix! Ha ha ha, doll! Ah, Das war nur der Weihnachtsmann! wenn es gott gibt dann ist auf jeden fall nicht hier aber ich glaube bei tag ist alles eigentlich in ort aber bei tag kann doch bestimmt nichts von oder wenig ich weiß nicht okay die musik wenn wir dann was man cash will ist und ich wollte mich dann über das cash will help me please lustig machen weißt du mal ich hab grad so was ist auch gut dieses richtig normale so er hat schon sein tod akzeptiert weiß was machst du was baust du was baust oder ich glaube dieser schutzburg hilft glaube ich ein scheiß macht ein schwein das ist mein bunker das hast du auch mein gotter schon wieder eine kuh aber das ist doch auch ich habe schon wieder geschreie ach man das geht wieder los man das geschreit geht schon wieder los ist es doch toll hier alles schön und es geht schon wieder los ich höre geschreie geprüft ich habe alles verloren nein nein oh mein gott macht zu machen zu roh lass mich rein du arschloch lass mich rein lass mich rein mach das ding zu mach das ding okay okay warte mal was machen wir ich mach zu aber ich bin froh bis jetzt ist es gott sei dank auch nichts mehr viel nichts mehr gespawnt dazu bin ich oh mein gott nein ach man ich hasse grüße ach man ich hasse auch dass grüße überhaupt bauen können man ach man mal unter kraften tab ist auch kaputt nein aber gut dass der nicht unsere kiste erwischt hat ja das ist unsere kiste war immer die kiste ok warte mal warte mal warte mal warte mal nein unsere hühner unsere hühner es ist ja keine hühner äh okay jahren ja jahren siehst du das auch ich wollte eigentlich gerade bei den bäumen eine fackel platzieren aber ich glaube das verschiebe ich dann auch später licht oh mein gott kirjan kirjan platzieren das licht hier nicht nicht da drüben die bäume sind mir scheiße gar mit der fischerspaw dann sollen die fischerspaw das licht bleibt hier du hast doch gesagt ich spawne sowieso bei licht dann darf die bäume wachsen halt mehr bei licht ähm nein pass mal auf das licht ist nur hier weil ich ähm das licht bleibt hier ok jetzt ist mycroft abgestürzt ja ah ok jetzt ist bei dir mycroft gauern ok gut jetzt bin ich wohl hier alleine ahja cool was ist jetzt passiert hä hä die Welt ist gerade abgestürzt Kilian Kilian ist auch gauern einfach ja 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 und ja 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 ja